Wir schießen zu Ehren von Armin und mit Armin als Stadtmauzein mit Unterstützung und Verstärkung durch den Ruhm. Beischuss Salud zum ersten Schuss. Schüttet das Pulver in den Lauf. Schüttet das Pulver in den Lauf. Schüttet den Ladestack heraus und stampft das Pulver in das Blei. Dreimal. Eins, drei, drei. Schüttet den Ladestack heraus und bringt ihn an den Lauf. Schüttet den Ladestack heraus und bringt ihn an den Lauf. Schüttet die Pfann. Schließt die Pfann. Blast ab die Pfann. Setz auf die Lauf. Prüft die Lauf. Steck. Vorweg. Öffnet den Pfann. Blast an die Lauf. Geht. Vor. Schüttet die Muskeln. Nehmt ab die Pfann. Blast auf die Pfann. Pfanne säubert. Schüttet das Pulver und das Blei in den Lauf. Schüttet das Pulver und das Blei in den Lauf. Schüttet das Pulver und das Blei in den Lauf. Schüttet das Pulver und das Blei in den Leiden. Blast an eure Lund, hoch legt an, öffnet die Wand, geht, Tor! Nehmt ab die Lund und blast ab die Wand. Schüttet das Wind gerade auf eure Wand. Schließt die Wand und blast ab die Wand. Zieh den Ladestrank heraus und stampft das Pulver und das Blei. Zieh den Ladestrank heraus und bringe den Druck. Nehmt die Muskete in die Wand. Blast an die Lund, blast ab die Wand. Blast an eure Lund, blast ab die Wand. Blast an eure Lund, hoch legt an, öffnet die Wand. Blast an die Wand. Blast an die Wand. Seht ab die Muskete, nehmt ab die Lund. Blast auf die Wand und schließt die Wand. Blast an die Wand. Nehmt die Muskel auf die Schulter, nenn der Leicht nach links, auf! Applaus Soll ich rüber gehen? Wo denn? Wo ist denn der? Ja! Wo ist denn der? Ja! Ja, bis ich da oben bin, dann... Oh mein Gott! Wo ist die Theke? Ach nein! Hier! Ach so ist der Theke von David! Ach so ist der Theke von David! Ach so ist der Theke von David! Wir wünschen dir, dass es dir hier gefällt, alles Gute zum Geburtstag! Wir wünschen dir, dass lauter nette Leute ganz besonders heute ganz in deiner Nähe sind und dass sie dir vielleicht sogar was schenken und dass sie an dich denken, denn du bist das Geburtstagskind! Wir wünschen dir im neuen Lebensjahr, dass das, was gut ist, bleibt so wie es war und dass alles, was dich nervt, sich zumindest nicht verschert! Happy Birthday! Wir wünschen dir, dass du an jeden Morgen fröhlich ohne Sorgen deinen neuen Tag beginnst und dass du höchstwahrscheinlich nie die Fernse Lotterie, aber einen neuen Freund gewinnst! Wir wünschen dir im Sommer Sonnenschein, im Winter soll es ohne Ende schneien und dass du, je nachdem wie es ist, passend angezogen bist! Happy Birthday! Und dass viele Leute dich besuchen und dir leckeren Kuchen bringen, ja das wär uns recht! Wir hoffen, du sagst, heute ist dein Tag, genau wie du ihn magst, Geburtstag haben ist nicht schlecht! Und dass du auch in Zukunft ganz ohne Beschwerden Freude hast am gepflegten Älterwerden! Also kurz gesagt, und darum sind wir hier, wir gratulieren dir! Ja! Yeah! Yeah! Der Versicherungsfachmann! Niemand ist davor gefeit, dass der doch von Zeit zu Zeit, das soll man wirklich keinem gönnen, schwere Zeiten kommen können. Und deshalb sind auch folgerichtig Versicherungen äußerst wichtig, dass es, wie es geschrieben steht, wenn es brenzlig wird, auch weitergeht, um alle Katastrophenschrecken finanziell gut abzudecken. Versicherungen sind zwar teuer, doch sie beruhigen ungeheuer. Darum niemals nicht verzagen, besser unseren Armin fragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, es war so, ja. Und weitermachen. Weiter, weiter. Keine Möglichkeit vorschätzen. Das ist ein Dokument. Ah ja, muss zeigen. Das ist ein Dokument. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020